Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr alle da seid, um heute dieses Erntedankfest zusammen zu feiern, um diesen Tag der Schatwe zu erinnern. Wir wollen uns heute daran erinnern, an die ganzen Gaben, die Gott uns gegeben hat. An diesen ganzen Segen, den er uns jedes Jahr ausgießt. Und wollen ihm heute Dank dafür aussprechen. Wisst ihr, wo Erntedankfest einen Ursprung hat? Gott hat Israel einmal aus Ägypten, aus der Sklaverei hinausgeführt. Und er hat sie durch die Wüste geführt. Und am Berg Sinai, da gab er ihnen seine Gebote. Und bevor er ihnen seine Gebote gab, Da sollte Israel sich zwei Tage lang heiligen. Und am dritten Tag sagte Gott, dass er herabkommen wird auf den Berg Sinai. Und zu dem Volk sprechen wird. Also hat Israel sich zwei Tage lang geheiligt. Und am dritten Tag war das so, wie Gott es gesagt hatte. Und am dritten Tag war das so, wie Gott es gesagt hatte. Es fing an zu donnern und zu blitzen um diesen Berg. Und der Berg wurde gehüllt in eine Wolke. Und der Berg fing an zu beben. Und Gara Sinai начала strästig. Und Gott kam herab auf diesen Berg. Und der Herr hat Mose zu sich gerufen. Und also kam Mose zu Gott auf diesen Berg. Und bevor Mose die Gebote bekam, Da gab Gott ihm ein Versprechen. Und wir lesen das im 2. Buch Mose. Und wir lesen das im 19. Kapitel. Die Verse 5 und 6. 5. und 6. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Das war die Verheißung, die Mose dort auf dem Berg Sinai von Gott erhalten hat. Gott hat Israel versprochen. Und wenn du meine Stimme Gehorsam sein wirst, wenn du meine Stimme Gehorsam sein wirst, wenn du meine Stimme Gehorsam sein wirst, dann werde ich dein Gott sein. Und ich werde dich segnen. Und ich werde dich segnen. Und nachdem Mose dort die 10 Gebote erhalten hat von Gott, dann hat Gott Mose gesagt, dass sie drei Feste im Jahr feiern sollten. Und eines dieser Feste sollte das Fest der Ernte sein. Und wie ihr seht, feiern wir das auch noch heute. Die Jugend hat sich Mühe gegeben, hat diesen Saal so schön geschmückt. Und wir haben uns heute so zahlreich hier versammelt, um Gott die Ehre zu geben. Und wir haben uns heute so zahlreich hier versammelt, um Gott die Ehre zu geben. Um Gott unseren Dank auszusprechen. Um Gott unseren Dank auszusprechen. In Psalm 127. In Psalm 126. Da lesen wir solche Worte. Wir lesen solche Worte. Von Anfang an. Zначала. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Ich denke, man könnte hier hinzufügen, dass wenn der Herr nicht die Saat segnet, dann sehen die Bauern diese Saat umsonst aus. Weil Gott es ist, der dem Samen die Fruchtbarkeit gibt. Gott ist es, der zur rechten Zeit den Regen und die Sonne schickt. Und dem Samen diesen Wachstum gibt. Und das sehen wir gerade in dieser Zeit im Herbst, wo wir anfangen das Ganze, oder wo die Bauern hinausfahren und die Ernte einsammeln. Und als ich erfahren habe, dass ich ein Ente Dankfest predigen darf, da habe ich mir Gedanken gemacht, was ist denn wichtig in dieser Zeit. Was ist wichtig für mich persönlich und was ist wichtig für das Volk Gottes. Was ist wichtig für mich persönlich und was ist wichtig für das Volk Gottes. Und in der letzten Woche habe ich dann mal Mittagspause an einem Hähnchenstand gemacht. Und ich habe da unseren wunderbaren Bruder Paul Bastian getroffen. Und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, aber auf jeden Fall hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, schau dich um, überall Gottes Segen. Und dann habe ich gedacht, das passt doch sehr, sehr gut zu unserer heutigen Zeit. Und ich dachte, das wird mein Thema sein, worüber ich heute sprechen möchte. Das wird mein Thema sein, worüber ich heute sprechen möchte. Schau dich um, überall Gottes Segen. Schau dich um, überall Gottes Segen. Und ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass wir heute in so einer Zeit des Überflusses leben. Dass wir aufgrund des ganzen Überflusses häufig nur noch den Mangel sehen. Wir haben so einen riesengroßen Überfluss. Wir sind aber meist oder häufig darauf fokussiert, auf Dinge, die uns noch fehlen. Oder wir bemerken Dinge, die unserer Meinung nach nicht gut sind. Und vergessen, dabei Gott zu danken für Dinge, die er uns schon gegeben hat. Und bei dem wir uns, wie Paulus gesagt hat, häufiger umschauen würden. Und einfach ein bisschen aufmerksamer sein würden. Dann würden wir bemerken, überall Gottes Segen. Dann würden wir bemerken, überall Gottes Segen. Wisst ihr, ich kann heute hier sitzen und mich beklagen, dass ich die ganze Zeit Knieschmerzen habe. Ich kann, знаете, sitzen und betrachten, dass ich mich mit den Knieschmerzen habe. Und ich werde gar nicht bemerken, dass es Menschen gibt, die froh wären, wenn sie Knieschmerzen hätten. Und wenn ich Knieschmerzen habe, dann bedeutet es, dass ich ein Knieschmerzen habe. Weil wenn ich Knieschmerzen habe, dann bedeutet es, dass ich ein Knieschmerzen habe. Es gibt heute so viele Menschen, die wären jeden Moment bereit, mit mir einzutauschen. Wir sind aber häufig darauf fokussiert, dass etwas nicht gut ist bei uns. Aber sehr oft wir fokussiert sind auf dem, dass irgendetwas noch fehlt irgendwo, das geht mir nicht gut. Dass etwas nicht gut ist, mir nicht gut ist. Und das Ganze, das zieht uns runter. Und das Ganze, das macht uns unzufrieden. Und macht uns nicht zufrieden. Wir vergessen, Gott dankbar zu sein. Und wir vergessen, Gott dankbar zu sein. Wie selten öffnen wir unsere Augen, um den Segen Gottes zu sehen. Und wie редко wir открываем глаза, um den Segen Gottes zu sehen. Gott sei Dank, wir leben in so einer Zeit. Aber, Gott sei Dank, wir leben in so einer Zeit. Wir müssen uns gar nicht großartig umschauen, um den Segen Gottes zu sehen. Wir müssen uns gar nicht großartig umschauen, um den Segen Gottes zu sehen. Weil der Segen Gottes uns umgibt. Weil der Segen Gottes uns umgibt. Wisst ihr, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat? Wenn Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, da waren sie auch in so einer Lage oder in so einer Situation, wo sie ständig gemurrt haben. Sie waren ständig unzufrieden und haben sich beschwert. Und ja, sie mussten durch die Wüste ziehen. Aber Gott versorgte sie dort ständig mit allem Nötigen. Und es kam sogar zu so einem Punkt, dass sie gesagt haben, es wäre besser, wenn wir in Ägypten geblieben wären. Und sie sagten, es wäre besser, wenn wir in Ägypten geblieben wären. Wie schlecht es ihnen in Ägypten ging. Und sie haben so schnell vergessen, wie viele Tausend Kinder sie verloren haben. Sie haben so schnell vergessen, wie viele Tausend Kinder sie verloren haben. Und sie haben so, wie viele Tausend Kinder sie verloren haben. Weil wir wissen, dass der Pharao sich Sorgen gemacht hat. Weil wir wissen, dass der Pharao sich Sorgen gemacht hat. Er hatte Angst, dass Israel irgendwann mal zahlenmäßig größer wird als Ägypten. Und deswegen hat er so ein Gebot gegeben, dass jeder neu geborene Junge umgebracht werden sollte. Und er hat so ein Gebot gegeben, dass jeder neugeborene Junge umgebracht werden sollte. Und ich denke mir, Israel hat da einige Tausend Kinder verloren. Und jetzt sind sie unterwegs durch die Wüste. Und Gott versorgt sie eigentlich mit allem Nötigen. Aber sie haben schon vergessen, was damals in Ägypten war. Ja, wahrscheinlich war es heiß in der Wüste. Wahrscheinlich haben ihre Füße wehgetan. Aber ihre Kinder waren mit ihnen. Sie mussten sich keine Sorgen machen, dass wenn sie einen neugeborenen Jungen bekommen, dass dieses Kind umgebracht wird. Dass dieses Kind umgebracht wird. Keiner musste mehr Angst haben, sein Kind zu verlieren. Und никто nicht sollte бояться, dass er seine Kinder verliert. Und Gott hörte sich das Murren, das Meckern von diesem Volk an. Und Gott услышал ihre Unzufriedenheit. Und ich glaube, es tat ihm weh. Wie konnte dieses Volk, dem er so ein großes Versprechen gegeben hat. Wie konnte dieses Volk, dem er so ein großes Versprechen gegeben hat. Ihr werdet mein auserwähltes Volk sein. Dass ihr meinen auserwähltes Volk sein. Mein Priestertum. Möhe цarste Nassistenz. Wie konnte es so unzufrieden sein, und Gott so anklagen. Wie konnte es so unzufrieden sein, und Gott so anklagen. Gott, der ihnen so viel geschenkt hatte. Gott, der ihnen so viel geschenkt hatte. Wisst ihr, vielleicht ist es heute, an diesem Erntedankfest Zeit, vielleicht ist es Zeit, seine Augen zu öffnen und den Segen Gottes zu sehen. Может быть, пришло время, und es muss открыt seine Augen, um zu sehen, die Erntedankfest oder das Fest der Erntedankfest zu feiern, das hat das Volk Israel von Gott persönlich bekommen. Das Erntedankfest, das Erntedankfest, das Erntedankfest zu feiern hat das Volk Israel von Gott persönlich bekommen. Versteht, dass alles, was sie haben, dass das von Gott kommt. Чтобы israelski народ понимал, то, что они получают, это исходит от Бога. Vielleicht siehst du den Segen Gottes in deinem Leben auch heute viel zu selten. Может быть, и ты на сегодня благословение Божие видишь очень редко в твоей жизни. Du bist immer wieder unzufrieden, und du beschwerst dich. И очень часто ты недоволен и сетуешь. Und du denkst nicht daran, dass Gott dir so viel gegeben hat. И не думаешь о том, что или как много дал тебе Бог. Ich glaube daran, dass Gott schmerzt, dass Gott wehtut. Я думаю, такое состояние, оно больно Богу. Gott, der dir so viel geschenkt hat. Бог, который дал так многое. Der alles für dich gegeben hat. Который отдал все для нас. Der sich um dich kümmert. Который заботится о тебе. Der dich umsorgt. Который несет попечение о нас. Diesen Gott, den klagst du an. Этого Бога, на него ты сетуешь. Schau dich um, überall Gottes Segen. Посмотри вокруг тебя. Wезде Bожие благословение. Dass du heute hier sitzen kannst. Das ist Gottes Segen. Und dass du heute hier sitzen kannst. Das ist Gottes Segen. Dass dir heute warm ist. Das ist Gottes Segen. Dass du heute hier sitzen kannst. Das ist Gottes Segen. Dass du jeden Tag bist du sыт. Das ist Gottes Segen. Dass deine Familie dich umgibt. Das ist Gottes Segen. Dass deine Familie dich umgibt. Das ist Gottes Segen. Dass du eine Arbeitsstelle hast. Auch das ist Gottes Segen. Если у тебя есть возможность идти на работу. Das ist Gottes Segen. Vielleicht bedeutet es, jeden Morgen früh aufzustehen. Может быть, значит, это то, что каждое утро нужно вставать рано. Auch wenn man keine Lust hat, sich aufzurappeln und auf den Weg zur Arbeit machen. Но если нет такого желания поднять себя и двинуться на работу. Vielleicht bedeutet es, jeden Tag dieselben Gesichter zu sehen. Может быть, значит, это то, что ты каждый день будешь видеть одни и те же лица. Да vielleicht jeden Tag die gleiche Arbeit zu tun. И может быть, делать каждый день одну и ту же работу. Aber auch das, du eine Arbeitsstelle hast, das ist der Segen Gottes. Но суть в том, что у тебя есть работа, это благословение Божье. Dass du etwas mit deinen Händen tun kannst, das ist Segen Gottes. Ты можешь что-то сделать твоими руками. Это благословение Божье. Es gibt heute so viele Menschen, die jeden Moment bereit wären, mit dir zu tauschen. И насколько мало мы ценим то, что имеем. в 1. Тессалоникахе, вы знаете, в 1. Тессалоникахе, в 5. Главе, в 16. и 17. и 18. стихе. Итак, мы читаем. Всегда радуйтесь. Бетет ohne Unterласс. Не пристанно молитесь. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus, Jesus, für euch. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья, во Христе Иисусе. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes, in Christus, Jesus, für euch. За все благодарите, ибо такова воля Божья, о вас, во Христе Иисусе. Epheser 5, Kapitel 20. Послание Ephesians, 5. Глава, 20. стих. Сакт alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Сакт alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Смотри вокруг, везде Божье Благодарие. Я желал бы вместе с вами молиться и Бог unseren Данк aussprechen за все что он нам дает. Аминь. Мы склоним колени и молимся.